Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 70 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1200 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Das Objekt der Frise wie wir kennenwer Survey mit einer Lut gun befindet.